Jetzt hallo, guten Morgen miteinander. Heute Morgen nach dem Aufstand, da habe ich schon eine geile Idee gekannt. Wir starten heute spontan zu einem Weihnachtsmarkt-Triathlon. Und zwar fahren wir hier ab Sigmaringe ab nach Stuttgart, gucken uns den an, dann von Stuttgart nach Esslinge und dann von Esslinge nach Ulm und dann von Ulm zurück nach Sigmaringe. Und das alles ermöglicht uns das Baden-Württemberg-Ticket für zwei Personen 30 Euro. Ich wollte euch berichten, was wir so alles erleben. Jetzt hoffen wir, dass es ein Zugpünktchen kommt hier in Sigmaringe. Abfahren müsst ihr um 9.50 Uhr, gell? 9.50 Uhr. Ja, abwarten und dann wir schauen, wir sehen uns, gell? Tschüssle. So, jetzt hallo miteinander. Jetzt sind wir in Stuttgart angekommen auf dem Weihnachtsmarkt. Der fängt ja hier schon an der Königstraße. Und prompt sind wir hier, fängt es an mit Zeugen. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie wir nachkommen, auch zeitlich mit unserem Timing hier. Nachher noch nach Esslinge und später noch nach Ulm. Aber jetzt erst mal was zum Essen. Also, hier die Glocke leitet, es ist Mittagszeit. Bis später. Tschüssle. So, und wie es sich gehört, mal was gescheit zum Essen. Beim Mittagessen eine scharfe rote Wurst ist keine echte Feierwurst. Die ist sie noch zum Nachtisch. Und so sieht der Weihnachtsmarkt in Stuttgart von dieser Perspektive aus. Ich habe jetzt meine Wurstel schon verschlungen und habe jetzt erst recht Hunger gekriegt. Was auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt sofort ins Auge fällt, sind diese wunderschönen Dächer von den Weihnachtsbooten. Wirklich super ausgearbeitet, super gestaltet, genial. So, mit Stuttgart sind wir jetzt durch und jetzt fahren wir nach Esslingen auf der Weihnachtsmarkt und lassen uns dort mal überraschen, was wir da so etwas erleben. Ja, und ruckzuck in ein paar Minuten ist man vor Stuttgart in den Esslingen angekommen. Das hinter mir ist der Esslinger Weihnachtsmarkt. Da war ich bisher noch nie. Und der hat ja Kultstatus. Da bin ich mal gespannt, ob der den Kultstatus auch verdient hat. So, und das ist der Eingang zum Mittelaltermarkt daheim. Einer der vielen Eingänge. Und das daheim ist der zweite Eingang zum Mittelaltermarkt. Schauen wir. Also ehrlich gesagt ist der Esslinger Mittelalter Weihnachtsmarkt wirklich richtig schön. Der hat wirklich seinen Kultstatus verdient. Abends ist das mit Sicherheit genial, aber wir machen uns jetzt wieder langsam auf den Weg nach Ulm. Auf den Weihnachtsmarkt. Mal gucken, was da abgaut. So, jetzt sind wir angekommen in Ulm auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, schon hat die Fahrt dauert von Esslingen daher. Und ich muss sagen, was mir als erstes aufgefallen ist, hier in Ulm sind die Leute brutal wuselig. Wir sind aus dem Bahnhof rausgekommen, die Leute springen überall rum, sind total hektisch. In Sturgen, die Großstadt, alle gechillt. Ah, in Esslingen war es slow, alles total easy gechillt. Und hier in Ulm, was ist los? Was, nun muss ich das Trinkwasser rein? Hey, guck mal, das ist das schöne Wahrzeichen von Ulm. Das Münster, Münsters Ulmer Münster, wunderschön. Und jetzt laufen wir da mal durch. Guck mal, ob da auf den Weihnachtsmarkt die Leute, wenn gechillter sind, wenn sie ein Glühwein interessant sind. So, jetzt laufen wir einfach mal zu. Guckt mal, was da los ist auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Das ist schon mal schön bunt aus, also schön beleuchtet. Ja, doch, macht einen guten Eindruck. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, Leute, auch wenn wir es glauben, aber ich habe jetzt seit Stuttgart nichts mehr gegessen. In diesem Ode weggegessen. Auf dem Esslingen mache ich gar nichts, weil ich gar keinen Hunger gehabt habe. Und jetzt, glaube ich, hier schlage ich jetzt echt mal zu. Hey, Leute, mit eurem Wurst-Wigle. Da kommt's doch nicht mehr rein, oder? Das ist ja da, man. So, jetzt haben wir es auch noch geschafft. Eine richtig große, riesen Feierwurst-Wahrgacker hier. 5,30 Euro, mit Kraut drin, kann man nichts sagen. Die ist jetzt da vorne. Das ist so schöne Kulisse. Da ist die Kamera. Ach, guck, da rein. Ja, ja, ja. Schöne Kulisse. Von Münster. So, unser erstes Stück Glühwein heute auf unserem Weihnachtsmarkt-Triathlon. Meiner mit Alkohol. Caro, Ehren ist ein Punsch. Abend. Lecker. Und ich muss ehrlich sagen, also hier drin sind die Ulmer Völketschilder. Also zur Ehrenrettung der Ulmer. Hier drin sind sie auch die Völketschilder mit Alkohol und mit Essen. Ganz andere Ulmer da hinten auf dem Weihnachtsmarkt wie draußen auf der Straße. Prost. So, jetzt hallo. Jetzt sind wir zurück nach 10,5 Stunden wieder von unserem Weihnachtsmarkt-Triathlon. Stuttgart, Esslingen und Ulm. 10,5 Stunden waren wir unterwegs. Jetzt sind wir aber wirklich müde. Ich freue mich schon da immer auf mein Bett und auf ein biertliches Bierchen. Wie ist unser Resümee? Also ich fand Esslingen toll, weil ich ja einen Mittelaltermarkt nicht so mag. Stuttgart war der nächstbeste. Aber Ulm war auch super. Mit dem Münster super. Super schön. Ja, ich würde auch sagen. Also Geschmäcker sind verschieden. Es sind alle drei Weihnachtsmarkt wirklich schön und es lohnt sich, dass man es immer besucht. Und wie gesagt, es war toll, kann man machen mit diesem Baden-Württemberg-Ticket. 30 Euro haben wir jetzt da, für zwei Personen. Und in 10,5 Stunden haben wir es jetzt geschafft, drei Weihnachtsmarkt zu besuchen. Und es war wirklich eine spaßige, unterhaltsame Zeit. War ein schöner Tag. Es war, wie gesagt, jetzt heim, Bierchen trinken, chillen und genießen. Und für alle, die jetzt nämlich persönlich sind, das wäre die meisten von euch gesagt, wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao.